ZUFALL Wenn statt mir jemand anderer auf die Welt gekommen wär, vielleicht meine Schwester oder mein Bruder oder irgendein fremdes, blödes Luder, wie wär die Welt dann ohne mich? Und wo wäre denn dann ich? Und wird mich irgendwer vermissen? Es täte ja keiner von mir wissen. Statt mir wäre hier ein ganz anderes Kind, würde bei meinen Eltern leben und hätte mein ganzes Spielzeug im Spind. Ja, sie hätten ihm sogar meinen Namen gegeben. ZUFALL Dieses kleine lyrische Juwel, das kindliches Denken zugegebenermaßen von philosophisch begabten Kindern imitiert, stellt ein gar nicht so unerhebliches Gedankenexperiment dar. Wenn statt mir jemand anderer auf die Welt gekommen wär. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich mir mal diese Frage gestellt habe, aber auf die Idee, sich das zu fragen, kommen Kinder bestimmt. Vielleicht meine Schwester oder mein Bruder oder irgendein fremdes, blödes Luder. Schwester oder Bruder sind doch schon da, da besteht keine Gefahr, aber ein fremdes, blödes Luder, das hätte ja sein können. Wie wär die Welt dann ohne mich? Man würde doch vermuten, praktisch unverändert. Und wo wäre denn dann ich? Die Frage ist jetzt wirklich prickelnd, sie ist nah verwandt der Frage, wo man denn vorher war. Und würde mich irgendwer vermissen? Es täte ja keiner von mir wissen. Nicht existierend wird man wohl auch nicht vermisst. In wirklich verstörenden Folgen der Fernsehserie Dr. Who gibt es eine böse Kraft namens »Weinende Engel«, die Menschen rückwirkend verschwinden lässt. Von einem Moment auf den anderen haben sie niemals existiert. Statt mir wäre hier ein ganz anderes Kind, würde bei meinen Eltern leben und hätte mein ganzes Spielzeug im Spind. Wäre es auch aus Sicht der Eltern ein anderes Kind? Ja, sie hätten ihm sogar meinen Namen gegeben. Offenbar ist es von außen betrachtet dasselbe Kind in denselben Lebensverhältnissen, mit demselben Lebenslauf. Es wird hier mit dem Gedanken gespielt, dass trotzdem eine ganz andere Identität sich in ihm materialisiert hat. Auf diese Weise wird aber erst recht verständlich, dass Identität erst aktuell im Individuum entsteht und keine Vorgeschichte hat. Wie gesagt, dieses kleine Gedankenexperiment lenkt den Blick auf die Probleme, die jede Form von Seelenwanderung, ob als Wiedergeburt oder Auferstehung, mit sich bringt. Wenn die eigentliche Identität nicht mitwandert, ist eine Seelenwanderung genauso irrelevant, als wenn es sie gar nicht gäbe. Danke.